Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Vorlesung Diskurslinguistik 3 Frame-Semantik im Kontext der Vorlesung Revolution und Reformation. Jetzt vor mir sitzen, ich habe durchgezählt, neun von Ihnen. Die anderen sind live zugeschaltet, entweder über YouTube und über den Matrix-Client. Was mich sehr freut, dass wir das in dem Format irgendwie realisieren können. Ich weiß nicht, wie lange noch. Also das heißt, falls Sie Interesse daran haben, auch hier in der Vorlesung mit in der August-Bibel-Straße zu sein, nutzen Sie die Möglichkeiten, in den nächsten Wochen zeitnah das zu tun. Auch um irgendwie wieder so etwas wie ein Gefühl von akademischer Lehre zu haben. Das ist ja dann doch ganz nett, auch für mich, weil ich wahnsinnig gern hier in diesem Raum bin. Und ich würde heute, da das Programm relativ straff ist, eine Ad-Hoc-Abstimmung in der Matrix-Gruppe hat ergeben, dass es dann doch nochmal eine Einführung in die Frame-Semantik braucht. Das, was ich heute bieten kann, ist allerdings wirklich nur, nur eine wirklich sehr kleine und überschaubare Einführung. Ich darf Sie bitten, wenn Sie das Thema interessiert, dass Sie vor allen Dingen sich in der gängigen Lektüre umschauen, wesentlich weniger auf den öffentlichen Diskurs zum Framing achten. Hier geht sehr viel durcheinander. Und nicht immer ist klar, ob der eine mit Framing dasselbe meint wie der jeweils andere. Und weil es auch so ein Buzzword geworden ist in dem öffentlichen Diskurs und in der Frage um die Besetzung von Begriffen. Weshalb wir das brauchen, dieses Konzept ist, dass Frames sichtbar machen, was an der sprachlichen Oberfläche nicht immer sofort offensichtlich ist und so etwas wie eine semantische Tiefenstruktur erkennbar werden lassen in jeder Art von Äußerungen. Es wird also einen wesentlichen Beitrag hier leisten, damit wir uns mittelfristig mit so etwas wie Liedern auseinandersetzen können. Und das Thema der Multimodalität, das heißt der Frage der Auseinandersetzung mit den Phänomenen wie Klang und wie Bewegung von Körpern im Raum, die sprechen oder singen, werde ich mir dann ab der nächsten Woche mit Ihnen genauer anschauen. So, zunächst erstmal dazu ist es also ein dritter Schritt in der theoretisch-methodischen Basis im Kontext dieser Vorlesung. Zur Frame-Semantik äußere ich mich nicht das erste und das zweite Mal. Ich werde in dem Mitschnitt zu diesem Livestream dann Infokarten integrieren mit einem Hinweis auf andere Vorlesungen und Aufzeichnungen zu Vorträgen oder Seminaren und möchte ganz gerne einsteigen mit der aus meiner Sicht relevanten Literatur zu diesem Thema. Ganz vorn dran steht Alexander Ziems Frames und sprachliches Wissen von mittlerweile von 2008, oh Gott, ist das lang her. Und das bräuchte eigentlich dringend eine Überarbeitung, aber ich weiß, was Alexander gerade im Moment macht. Er sitzt gerade an der Überarbeitung der Konstruktionsgrammatik mit mir. Sei es drum, also das wird noch eine Weile dauern, schätze ich mal. Daneben Klaus-Peter Kronerding, 1993 mit Frames und lexikalischem Bedeutungswissen. Daneben habe ich Ihnen eine ganze Menge aufgeführt aus dem Bereich der kognitiven Linguistik. Also vor allen Dingen Vivian Evans, das möchte ich Ihnen wirklich ans Herz legen, ein Klosar der kognitiven Linguistik, wo Sie sich schnell vor allen Dingen auf den aktuellen Stand bringen können im Hinblick auf, wie verwendet die kognitive Linguistik, welche Konzepte und Begriffe. Sie sehen auch von 2007, also das ist gesichertes Handbuchwissen mittlerweile. Daneben, wenn Sie viel Zeit haben und viel Kraft, würde ich Ihnen die Framesemantik von Dietrich Busse empfehlen, aber erschrecken Sie bitte nicht. Dietrich Busse ist jemand, der sehr gern sehr viel und sehr komplex schreibt. Also seine Framesemantik hat diesen Umfang, also diese Höhe. Das können Sie auch gut, wenn Sie was Machtvolles ins Regal stellen wollen. Dann ist die Busse Framesemantik sicherlich eine Empfehlung. Von George Lakoff, falls Sie es noch nicht gelesen haben sollten, Women, Fire and Dangerous Things, ist eigentlich eine der zentralen Schriften, wenn es um den Umbruch von der kognitiven Grammatik auf so etwas wie eine Framesemantik geht. Im Mittelpunkt steht der Begriff der Metapher. Daneben gibt es, das habe ich Ihnen hier aufgeführt von Elisabeth Wehling, eine Menge Publikationen, die an der Schwelle zur Populärwissenschaft stehen und die versucht, aktuelle politische Entwicklungen vor diesem Framing-Konzept von Lakoff einzuordnen. Ins Gerede geraten ist sie vor kurzem im Kontext des sogenannten ARD-Framing-Manuals. Recherchieren Sie das mal, wenn Sie sich dafür interessieren. Das Ganze ist sehr unglücklich gelaufen. Und aus meiner Sicht wird da etwas zu Unrecht ab Personamen geschossen. Aber nichtsdestotrotz hätte man das von Seiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein bisschen geschickter einfädeln können. Das heißt, wie adressiert man HörerInnen und ZuschauerInnen und verkauft die öffentlichen, rechtlichen Rundfunk-Sender und Angebote als Angebote für alle. Das ist unsere ARD und so weiter. Einiges sehen Sie ab und zu mal in Slogans aufblitzen. Aber insgesamt ist es nicht gut kommuniziert worden. Nichtsdestotrotz, Leseempfehlung, falls Sie in dieses Thema einsteigen wollen. Bevor wir über Frame-Semantik nachdenken, und das hat im Kontext dieser Vorlesung besonders relevant, müssen wir darüber nachdenken, und Sie können das gerne mittun, in welchen Kontexten Sie gesungen haben. Also Sie persönlich. Also im Verlauf Ihrer Sprachwerbsbiografie. Und welche Lieder das gewesen sind. Möglicherweise fällt Ihnen noch der ein oder andere Vers ein, oder er fällt Ihnen eben aus mangelnder Praxis nicht mehr ein. Und Sie brauchen einen Anstoß, damit Sie das gemeinsam wieder singen können. Wenn Sie Kinder haben, ist es leichter. Das heißt, da werden Sie relativ schnell mit einer Vielzahl an Liedern konfrontiert, die Sie dann entweder mitsingen oder dann zumindest behalten. Und in diesem Kontext bewegen wir uns hier, wenn wir über die Grundlagen sprechen. Denn wenn wir über Frame-Semantik reden, reden wir auch über kognitive Linguistik. Und die kognitive Linguistik ist eine, die Meaning Issues, also das heißt, die Bedeutungsseite oder die bedeutungssprachlicher Einheiten oder kommunikativer Handlungen, aus dem Gebrauch ableitet. Das heißt, wie wir bestimmte kommunikative Handlungen einsetzen, in welchen Situationen bestimmte Praxen wir ausbilden, trägt ganz wesentlich, wenn nicht gar, in Gänze dazu bei, welche Bedeutung diese kommunikativen Praxen für uns haben. Wir laufen im Moment gerade auf die Adventszeit zu. Schauen Sie, das können Sie sich noch ganz unideologisch, ohne Reformation und ohne Revolution überlegen, welche Lieder in der Weihnachtszeit für Sie eine besondere Bedeutung spielen und welche Lieder Sie davon beherrschen und welche nicht und welche Rolle Sie für Sie, welche Rolle Sie in Ihren sozialen Praktiken einnehmen. Das Zweite ist, dass aus diesen Praktiken auch Sprachwissen resultiert, also Strukturen, die handlungsleitend sind, nicht nur für bestimmte kommunikative Handlungen, die Sie in bestimmten Situationen durchführen, sondern auch, das sind Denkgewohnheiten, in die Sie sich einüben und mit denen Sie Ihr Leben bewältigen, also Kontingenz bewältigen und Komplexität reduzieren. Und wenn Sie zurückdenken an Hermanns, also die Frage der kollektiven Mentalitäten, das gemeinsame Fühlen, Wollen und Sollen, ist das genau das, auf was es abzielt, nämlich, wann singen wir denn gemeinsam ein Lied und denken nicht darüber nach, welche soziale Relevanz das gerade hat, sondern wir tun es, weil es im Moment gerade irgendwie angezeigt ist und wir noch nie etwas anderes in der Situation gemacht haben. Im Übrigen sind, glaube ich, Lieder aus unserem Alltag verschwunden. Also kaum jemand beherrscht, glaube ich, noch eine Vielzahl an Liedern aus dem FF oder kann sie so nebenbei mal singen. Es gibt aber das geflügelte Wort, dass man sich da niederlassen soll, wo Lieder gesungen werden, denn die dort sitzen, sind gute Menschen, da böse Menschen keine Lieder kennen. Also das heißt, auch daran sieht man ungefähr, welchen Stellenwert Lieder in kommunikativen Praxen haben können. Okay, zu ein paar grundlegenden Prinzipien der kognitiven Linguistik, das halte ich jetzt mit Absicht sehr kurz, Joint Attention, wir sind darauf angelegt, miteinander gemeinsam einen Aufmerksamkeitsfokus zu etablieren und orientieren und richten unser Handeln danach aus, weil wir immer davon ausgehen, dass unser Nebenmensch absichtsvoll handelt. Also mit dem, was er tut, will er uns etwas zeigen. Des Weiteren Kategorisierungen. Wenn wir Kategorisierungen vornehmen, dann sind die erstens prototypisch organisiert und das Interessante ist, wenn wir bei dem schönen Beispiel Weihnachten gewesen sind, nicht alles das, was für Sie ein schönes Weihnachtslied oder gutes Weihnachtslied ist, muss gleichzeitig für Ihren Nebenmenschen ein solches sein. Ganz geschweige denn davon, dass er möglicherweise bestimmte Weihnachtslieder gar nicht kennt, die Sie als für ein Weihnachtslied halten. Stichwort, wenn Sie nicht im Osten aufgewachsen sind, werden Sie keines der Lieder der Platte Sind die Lichter angezündet kennen. Ja? Und umgekehrt. Dann Perspektivierung. Mit einer bestimmten kommunikativen Handlung und einer kommunikativen Praxis stellen Sie immer einen bestimmten Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt von Wirklichkeit zur Schau. Sie können als Sprecher oder als Sänger in... Moment. Jetzt versagt hier kurz die Präsentationstechnik. Sie können als Sprecherin oder als Sänger nur einen bestimmten Teil und einen bestimmten Punkt einnehmen, einen Sprechpunkt, einen Blickpunkt. Und von diesem aus fokussieren Sie auf eine spezifische Ideenlehre oder auf ein spezifisches Wertesystem. Und mit diesem Blick auf ein spezifisches Wertesystem oder eine spezifische Ideenlehre stellt sich Wirklichkeit für Sie in einer ganz spezifischen Art und Weise dar. Also in der Vorlesung zu Sprachen und Ideologie sprachen wir da wie einer Brille, durch die Sie Wirklichkeit sehen und dann Wahrnehmungsausschnitte in einer bestimmten Art und Weise versprachlichen. Auch das wird natürlich im Kontext von Reformation und Revolution eine Rolle spielen. Denn da geht es insbesondere darum, dass von einem Standpunkt aus sich die Wirklichkeit in einer spezifischen Art und Weise darstellt und diese spezifische Wirklichkeit durch bestimmte sprachliche Formen zum Ausdruck gebracht wird. Dann Metaphorisierung. In der letzten Woche haben wir uns noch mal ein mühsames Lied angeschaut und eine Metapher nach der nächsten durchgeklappert, die entweder weniger mehr oder weniger ideologisch oder ideengeschichtlich aufgeladen ist und sich im Kontext von spezifischen politischen Bewegungen platzieren lässt. Die Metaphorisierung ist eines der zentralen Konzepte innerhalb der kognitiven Linguistik und kognitiven Grammatik, in dem man einfach davon ausgeht, dass bestimmte Eigenschaften aus einer Quelldomäne auf eine Zieldomäne übertragen werden. Hier an einem sehr produktiven Beispiel der Frage, nämlich wie wir Zeit kategorisieren. Nämlich einmal als einen Weg, den wir als Bewegende gehen oder dass die Zeit mit ihren Ereignissen an uns vorüberzieht. Und dafür haben wir verschiedene Möglichkeiten, das zu versprachlichen. Damit will ich Sie hier aber verschonen, weil es nicht Thema der Vorlesung ist, sondern ich will Sie nur auf die grundlegende Qualität von Metaphern hinweisen. Wenn Sie dazu etwas lesen wollen, greifen Sie bitte als allererstes zu Lekhoff. Wenn man sich das in Summe betrachtet, was die kognitive Linguistik vorstellt, dann ist es so, dass man zumindest erstmal konstatiert, oder die kognitive Linguistik und Grammatik konstatiert, dass unsere Denkprozesse uns größtenteils unbewusst sind. Zumindest weiß ich von einigen hier, dass Sie Kinder haben. Das heißt, wenn Sie mit Ihren Kindern Lieder mitlernen, werden Sie nicht explizit die Entscheidung treffen, ab heute das Lied mitzulernen und das bewusst zu tun, sondern Sie fangen irgendwann an, das Lied mitzusingen oder Sie haben die Melodie im Ohr. Und diese Prozesse der Aneignung, auch der auditiven Aneignung oder auch des Laufens durch, zum Beispiel, das war ein Beispiel ganz zu Beginn, durch einen Kreuzgang, ist etwas eine Praxis, in die Sie sich einüben. Und diese Praktiken sind meistenteils unterbewusster und Sie laufen vor allen Dingen so ab, dass Sie sich nach und nach daran erinnern, ohne dass Sie darüber bewusst reflektieren. Also schlussendlich, Sie können laufen. Und Sie können Fahrrad fahren, das geht auch. Und man sagt zwar immer so, man verlernt das nie, das stimmt für das Fahrradfahren nicht ganz, für das Schwimmen vielleicht. Und das sind ja alles Praktiken, die Sie sich aneignen, ohne darüber nachzudenken. In diesem Kontext gehört im Übrigen auch so etwas Ominöses wie das Körpergedächtnis. Also für das man noch kein so ein richtiges Konzept hat, auch nicht in der Biologie und nicht erklären kann. Es gibt verschiedene Ansätze, aber die über die Epigenetik laufen. Dazu will ich aber heute auch nichts sagen. Aber das ist alles noch sehr spekulativ. Machen wir es mal so. Diese Denkprozesse, die für Sie eine Rolle spielen, sind physische Natur. Und zwar liegen Sie daran, wie Ihr Gehirn gebaut ist. Darauf haben Sie relativ wenig Einfluss. Das Nächste, diese Denkprozesse, in die Sie sich einüben und die Kategorisierungen sind weder universell noch in einem bestimmten Kollektiv von Menschen überhaupt miteinander vergleichbar. Denken Sie an Shared Attention. Sie unterstellen anderen Menschen lediglich, dass sie möglicherweise dasselbe meinen wie Sie. Dass es nicht zu kommunikativen Missverständnissen den ganzen Tag kommt, hat im Wesentlichen damit zu tun, dass Sie glauben, zu wissen, was der andere weiß. In Wirklichkeit wissen Sie so gut wie nichts davon, sondern Sie prozessieren gemeinsam Alltagspraktiken, kommunikative Praktiken immer in dem Bewusstsein, der andere wird schon irgendwie dasselbe meinen und tun wie ich. Zum Ausschnitthaften der Wahrnehmung habe ich schon etwas gesagt, zu den Metaphern habe ich etwas gesagt und zu den Basismetaphern würde ich hier nichts sagen, denn das gehört tatsächlich in eine Einführung zur kognitiven Linguistik oder Grammatik. Kommen wir mal zu den Frames. Also viele von Ihnen dürften schon einmal so ein Frame-Skript-Konzept gehört haben, dass es in der Textlinguistik eigentlich gang und gäbe, dass man es da einsetzt, dass man unter einem Framing so etwas versteht wie ein Setting oder einem Skript, was Handlungen beschreibt, die in diesem Setting erwartbar sind. Die Frame-Semantik baut nicht auf diesem Konzept aus, sondern setzt einen etwas anderen Frame-Begriff dagegen, nämlich den, dass wir Frames als Deutungs- oder Wissensrahmen auf der Basis von Erfahrung erwerben und das typische Beispiel ist dafür, denken Sie nicht an einen rosa Elefanten von Lakoff, es wird Ihnen nicht gelingen, tatsächlich nicht daran zu denken. Sie werden dadurch getriggert, und das heißt, es werden sofort Frames aktiviert, die damit in Verbindung stehen und das Interessante ist, und das macht es für unsere Leader relevant, Sie können Frames nicht gleichzeitig aktivieren. Also Sie können nicht unterschiedliche Frames, zum Beispiel von Unterjochung und dem Transferframe in ökonomischen Prozessen nicht gleichzeitig denken, sondern es wird immer nur jeweils ein Frame aktiviert. Schlussendlich im politischen Kontexten für Reformation und Revolution zählt, gelingt es Ihnen, ein Frame zu aktivieren, der Ihnen erstens Anhängerschaft verspricht und zweitens Ihre Idee so präsent setzt, indem Sie zum Beispiel griffige Metaphern verwenden, dass Sie durchschlagenden Erfolg haben und die Aktivierung anderer Frames vermeiden. Das ist schlussendlich das Ziel. Das bringt die Frame-Somantik so ein bisschen in den Ruch, persuasiv zu sein, und das ist, glaube ich, auch Elisabeth Wehling ein wenig auf den Fuß gefallen, nämlich, dass man dadurch manipuliert. Also wenn Sie sich über diese Framing-Prozesse bewusst sind, können Sie mittels Sprache manipulieren. Das ist zumindest die Idee. Es fehlt dafür empirische Evidenz, um das auch mal ganz klar zu sagen. Also kein Mensch weiß, welche Effekte Framing haben. Das sind nur Langzeiteffekte, Langzeiteffekte, die da messbar sind. Und wir wissen es ganz gut, zum Beispiel in dem Neurechten-Diskurs. Wenn wir über Framing reden, auch dieser Begriff ist nicht klar definiert. Also das heißt, was ist überhaupt damit gemeint? Versuchen wir durch bestimmte Frames eine bestimmte Lesart und Deutungsart anzustoßen? Oder betreiben wir aktives Framing dadurch, dass wir bestimmte Frames in Relation zu bestimmten Ereignissen setzen? Oder Mindframing so etwas wie eine Umdeutung von Ereignissen? Also das heißt, die Einbettung von spezifischen Interpretationen von Ereignissen in eine neue Ideenlehre zum Beispiel. Also wenn Sie sich an marxistisch-leninistische Geschichtsschreibung, vielleicht ist Ihnen das mal untergekommen, also das heißt, wo man faktisch das Metanarrativ der Geschichtsschreibung umdeutet als eine Geschichte des Hinlaufens auf eine Gesellschaft, die in deren Erwerbsmittel für alle zur Verfügung steht und in denen es kein Privateigentum in dem Sinne gibt, dass es für spezifische Menschen nicht verfügbar ist, hatte ich meine Zwischenprüfung bei Karl-Heinz Blaschke. Das muss ich jetzt erzählen. Und das ging irgendwie, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, es ging irgendwie um Bergbau, um Bergbau in Obersachsen, ich glaube Schneeberg oder Annaberg oder irgendwas, und er hat mich gefragt, was die Bergarbeiter denn gewesen seien. Und ich konnte dazu nichts sagen. Und er meinte dann so, die hatten kein Eigentum mehr an ihren Produktionsmitteln. Und er wollte dann von mir hören, dass sie faktisch in dem frühkapitalistischen System schon den Prototypen der Arbeiterklasse darstellten. Und das war ein vollkommen anderer Deutungsrahmen, den er da angesetzt hat. Auf den wäre ich nie gekommen. Und durch seine Fragen, werden Sie vielleicht selber wissen aus Erfahrung, wenn Sie in mündlichen Prüfungen sitzen, dass die Angebote, die er mir gemacht hat, damit ich diesen Frame aktiviere, waren nicht stark genug. Also ich bin einfach nicht drauf gekommen, was er von mir wollte. Und das ist so ein ganz eindrückliches Beispiel für mich, wie sowas schieflaufen kann. Und wenn Sie irgendwann mal in einer mündlichen Prüfung sitzen, wo genau das passiert, also dass Sie nicht wissen, welchen Frame das Gegenüber gerade versucht, bei Ihnen zu aktivieren, dann fragen Sie bitte nach. Also fragen Sie bitte nach. Sagen Sie, ich kann den Deutungsrahmen, den Wissensrahmen, den Sie gerade versuchen anzusprechen, kann ich nicht aktivieren. Ich brauche mal noch eine Hilfestellung. Sagen Sie mir mal neben Rot noch was anderes. Sowas wie Feuer oder irgendwas, was in dem Kontext zu sehen ist. Okay. So, jetzt mal ein paar Beispiele. Prototypisch. Die ganze Beschreibung innerhalb der kognitiven Linguistik und vor allen Dingen der kognitiven Grammatik beginnt mit dem Carframe. Warum? Weil ein Auto ein sehr komplexes Kulturgut ist. Also damit können Sie ganz verschiedene Dinge machen. Sie können durch die Gegend fahren. Sie müssen es kaufen. Sie verbrauchen Ressourcen. Es muss irgendwie produziert werden. Und dann gibt es noch sowas wie, dass Menschen emotional an diesem Ding hängen. Das heißt, dass man von Mitgliedern der Familie spricht, die sonntags schön, nee, sonntags ist ja verboten, samtags schön in der Abflussrinne geputzt und gesäubert werden. Ja, ich für meine Kartei gehöre da nicht dazu. Aber also wirklich überhaupt nicht. Deswegen dürfen Sie ja nicht mehr mit mir im Auto fahren. So, okay. Also was sind Elemente dieses Carframes? Carframes, das sehen Sie hier mal exemplarisch, geht das jetzt gar nicht alles durch. Aber Sie sehen hier verschiedene Elemente, die zu diesem Frame gehören. Das heißt, zu diesem relativ statischen Wissensrahmen über Autos. Sie sehen, es geht um die Antriebsart. Es geht um die Frage, wie der Motor aufgebaut ist, den Antriebsstoff. Ja, es geht um die Fragen, wer fährt das Ding? Wer fährt mit? Wie alle möglichen technischen Aspekte, also die Arten des Getriebes und so weiter und so fort. Also wir können das alles durchdeklinieren. Und schon, wenn nur eines dieser Elemente genannt wird, aktivieren Sie den ganzen Frame. Also schon, wenn nur gesagt wird, Zweiganggetriebe, wissen Sie, ob das, wenn Sie ein Auto haben, ob das Ihrs ist oder nicht. Und wenn Sie diesen Frame aktivieren, wissen Sie auch gleichzeitig, wer in Ihrer Familie alles Auto fährt. Und Sie wissen auch mit einem Schlag, wer nicht Auto fährt. Und was für Autos gefahren werden. Das ist so das Beispiel dafür, was Sie eigentlich mit einem Frame-Element sofort aktivieren können als Deutungsraum. Das nur ganz kurz, lese ich jetzt nicht vor, ist ein Auszug aus dem Handbuch der kognitiven Linguistik. Um Ihnen das mal, das hatte ich vorhin gemeint von 2007, von Vivian Evans. Hier geht es tatsächlich darum, dass man Ihnen so ganz konzise bestimmte Aspekte beschreibt. Hier das Beispiel des Semantic Frames. Das ist eine Wissensstruktur, ein Wissensrahmen, in dem bestimmte Elemente eingegossen sind und die wiederum in eine Argumentstruktur sich auswachsen können. Das heißt, dass wir bestimmte Frame-Elemente relativ stark auch in syntaktischen Strukturen wiederfinden. Also wenn Sie zum Beispiel über das Feuerlöschen reden, dann merken Sie, dass Sie bestimmte Frame-Elemente des Frames Feuer oder Feuerwehr automatisch in einer syntaktischen Struktur ablegen und dann mit Valenzen zum Beispiel argumentieren könnten, müssen Sie nicht oder mit Argumentstrukturen von sprachlichen Einheiten. Am Beispiel des Commercial Event Frames würde ich Ihnen ganz gern ein weiteres zeigen, nämlich das sogenannte Frame-Net. Das heißt, mehr oder weniger eine Wissensbasis unterschiedlicher Frames, die zunächst erstmal für das Englische erarbeitet sind, im Moment aber in Düsseldorf übersetzt werden und zu einem Frame-Net der deutschen Sprache umgebaut werden. Aber Sie werden gleich sehen, was da die besondere Leistung ist. Kommen wir erstmal zu diesem grundsätzlichen, zu dem Commercial Event Frame, Seller Goods, Money Buyer Commercial Event. Das zeige ich Ihnen deshalb, weil hier neben dem Wissensrahmen der Struktur tatsächlich ein Prozess abgebildet ist. und Sie können je nachdem, auf welcher Position Sie in einem Frame stehen oder welchen Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt Sie betonen wollen, einen bestimmten Effekt erzeugen. Also wenn Sie darüber reden, wie etwas gekauft wird, können Sie sagen, ich kaufe das, ich kaufe das Auto. Also um mal an dem Beispiel zu bleiben. Und Sie können aber genauso gut spartlich realisieren, das Auto wird gekauft. Oder das Auto ist des Kaufes wert. Ja, also wir können Sie unterschiedliche sprachliche Realisierungen vornehmen. Oder das Auto kostet, ich weiß nicht, dreieinhalbtausend Euro. Also das mögen Sie dann noch weit bringen. Was ich nicht glaube. Aber Sie sehen, also das heißt, diese unterschiedlichen Aspekte können Sie auch das wieder einen Begriff highlighten oder verstecken, verstecken, also hervorheben oder verstecken, wenn Sie über bestimmte Konzepte reden und bestimmte Frames aktivieren. Dasselbe gilt vor allen Dingen für die Dinge, die wir hier in den letzten Wochen als Hashtags zusammengetragen haben. Um das jetzt mal direkt damit mit einer frame-semantischen Betrachtung in Relation zu setzen, hier ein Zitat von Alexander Ziem, was Frames sind. Es sind Wissen in Gestalt von miteinander zusammenhängenden Informationseinheiten. Also das haben Sie vorher bei diesem Commercial Transfer Event gesehen, nämlich, dass man bestimmte Entitäten so miteinander in Verbindung setzt, dass man da eine Informationsstruktur aufbauen kann. Zu den Hashtags selbst normal. Wir hatten so etwas wie fremder Zwang, Wille, Ohnmacht, Unverrückbarkeit, Hierarchie, Imperativ, Selbstopfer, Inszenierung, Sendung, Deontik, Rechtfertigung, Kompetenzzuweisung, Zielformulierung, Performativität, Novität, Utopie und dann Begriffe, die an Revolution oder Reformation gemeinhin gebunden sind. So etwas wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Gleichwertigkeit, Einheit, wir sind das Volk. Das war so ein spezieller Fall, den schauen wir uns am Ende der Vorlesung genauer an. Gerechtigkeit und Unabhängigkeit. Und Sie können sich bei jedem dieser Begriffe sofort klar machen, welches Konzept wird dadurch verdeckt. Also welches Konzept wird nicht mehr in den Vordergrund gestellt, wenn man über Gleichheit spricht. Also was bleibt ungesagt? Also wenn wir eine bestimmte historische Situation haben, in der sich jemand auf die Straße stellt und sagt, ich fordere, dass alle gleich sind, haben wir eine Deontik, die anzeigt, dem ist noch nicht so. Und er sagt aber nicht auf der Straße stehend, ihr macht, dass wir ungleich sind. Er macht sich dadurch nicht angreifbar in einer politischen Auseinandersetzung, sondern er konstatiert, ja, wäre wünschenswert, wenn wir gleicher sind. Aber prinzipiell wird niemand adressiert, es wird niemand in Verantwortung gezogen, es wird nur ein aktueller Zustand diagnostiziert, der offensichtlich noch nicht erreicht ist. Aber selbst das wird nicht gesagt. schön, da ist es wieder. Also selbst das wird nicht gesagt. Und das wiederum können Sie frame-semantisch erklären. Also das ist genau der Witz, warum man dieses Konzept braucht und warum zum Beispiel in Liedern bestimmte Frame-Elemente vorkommen und andere nicht. Das nächste ist, dass Frames bestimmte Leerstellen aufweisen können. Also das heißt, wenn Sie bestimmte Konzepte sich genauer anschauen, also sowas wie das Gefangensein oder das Freisein, dann können Sie in diese Slots, die frei oder leer sind, bestimmte Konzepte einbinden, die frei oder gefangen oder beklemmt oder unfrei sind und diese wiederum mit bestimmten Elementen aufzäumen. Denken Sie in der letzten Vorlesung an das Joch, in das man eingespannt ist. Das ist jetzt ein Element, das nicht zwingend in dem Frame des Gefangenseins zu erwarten ist. Aber dadurch, dass Sie Ihre eigene Situation oder das mühsam in der Gefangene, das Ich sprechen lässt als jemand, der in das Joch eingespannt ist, besetzt ja diesen Frame des Gefangenseins auf eine spezifische Art und Weise und perspektiviert sie hin auf eine Ideenlehre. Moment, Moment. Schaffe ich es noch rechtzeitig? Das, was ich bis jetzt gesagt habe, dürfte unmittelbar einleuchtend sein. Dass man bestimmte Begriffe hat, die bestimmte Dinge aktivieren und mit diesen Begriffen und deren Aktivierung kann man in bestimmten kommunikativen Praxen bestimmte Ziele verfolgen. Das, was das Ganze aber noch viel wesentlicher und zentraler macht, ist eine Idee von sogenannten Tiefen-Casus, also Deep Cases, die Abstraktionen sind von bestimmten Handlungsmomenten. Also, soll heißen, auf der Oberfläche, sprachlichen Oberfläche, können Sie vielleicht sowas unterscheiden, wenn wir von Substantiven sprechen, dann haben Sie vier Casus, also Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ, das haben Sie in Einzahl, Mehrzahl. Und damit können Sie strukturell und formal Sprache beschreiben. Dann haben Sie sowas wie funktionale Begriffe, sowas wie Subjekt, Prädikat und Objekt, also ohne, dass ich jetzt Sie fragen möchte, was das eine oder andere sei. Aber, die sind vom Verbzentrum ausgedacht. Also, man fragt sich, wie verhält sich eine bestimmte, zum Beispiel nominale Entität zu einem Verb, das zum Beispiel eine Handlung realisiert. und dann sagt man ja, die Dinger, die im Nominativ stehen, das sind in der Regel Subjekte. Und die, die im Akkusativ stehen, sind in der Regel Objekte. Dann gibt es noch sowas Verrücktes wie Präpositionalphrasen, das sind dann meistens die, mit denen Sie adverbiale Bestimmungen realisieren können, können Sie aber auch Adverbien benutzen und so weiter und so fort. Und damit ist aber leider, wenn man sagt, das Wasser ist kalt und Peter schlägt Paul, sind leider Wasser und Peter Subjekte. Damit gewinnen Sie im Hinblick auf eine Bedeutungszuweisung, die in der Tiefe liegt, in der sprachlichen Struktur, überhaupt nichts. Sondern Sie haben lediglich eine funktionale Bestimmung von aufeinanderbezogenen Einheiten in der Periphrase, also in dem satzwertigen Ausdruck. Sie können ja was wie Satzbaupläne und Satzbaumuster kennen Sie, das kann man damit beschreiben. Und die können selbst wieder konstruktionalen Status haben, darum geht es aber der Frame-Semantik nicht. Der Frame-Semantik geht es darum, zu fragen, ist Wasser dasselbe bedeutungsseitig wie Peter? Und würde zu der Einsicht kommen, nein, offensichtlich nicht, denn Peter ist Agent, also der handelt. Und diese Deep Cases, diese semantischen Rollen sind heute so ausdifferenziert, also man unterscheidet zwischen 30 und 40, je nachdem welchen Ansatz sie verfolgen, dass man sehr genau sehen kann, welche Bedeutung liegt denn unter der Struktur sprachlicher Einheiten. Dazu komme ich aber dann im Hinblick auf die Frames. Was ich jetzt mit Ihnen durchgehe, ist ganz schnell Framenet. Das können Sie selber suchen, jetzt parallel, können Sie selber aufgeben, das Framenet Berkeley. zum Englischen vielleicht sei so viel gesagt, bitte seien Sie nicht versucht, vom Englischen aufs Deutsche eins zu eins zu übertragen. Das wird scheitern, weil in speziellen Fällen sich das Englische anders verhält als das Deutsche, erwartbar. Das nächste ist, Framenet ist entstanden aus einer Handvoll annotierter Sätze. Das heißt, das ist kein quantitatives Projekt, Sondern dahin steckt sehr viel Handarbeit und es ist eine qualitative Analyse und Interpretation sprachlicher Einheiten. Soweit, dass wir Deep Cases automatisch annotieren könnten, sind wir nicht. Und wenn Sie irgendwann mal vor der Frage stehen, wozu brauchen wir Linguistinnen, das genau an der Stelle. Denn Sie können der Maschine relativ schlecht beibringen, warum Wasser und Peter sich unterscheiden voneinander. es sei denn, Sie haben von Hand erstelltes Trainingsmaterial, das über Frequenzeffekte es wahrscheinlicher macht, dass ein Algorithmus sagt, ja, Wasser verhält sich leider in dem Satz, wenn es zusammen mit Sein auftritt, anders als wenn Peter mit Schlagen auftritt. Und das kann man in Natural Language Processing über Vektoren ganz gut abbilden. Aber sei es drum, so weit sind wir längst nicht. Da bräuchten Sie nämlich Menschen für, die das annotieren. Und das ist teuer. Gut, kommen wir ganz kurz dazu, was das Ganze ist. Framenet ist eine fortlaufende Arbeit an sprachlichen Tiefenstrukturen. Hier nochmal die Adresse, falls Sie das Ganze aus der Präsentation ausrufen wollen. Jetzt, auch in dieser Präsentation von Filmor selbst, ist es so, dass das wiederholt wird, was ich Ihnen jetzt einleitend zu diesem Thema gesagt habe, nämlich, dass wir über Frames ganz wesentlich unsere Sprachwesen strukturieren und unsere kommunikativen Handlungen, dass man eben nicht nur oder in diesem Kontext nicht mehr von Wörtern spricht, also die irgendwie als Container irgendeine Information halten, sondern von sogenannten Lexical Units, die unterschiedliche Funktionen übernehmen können, dass man, wenn man über Frames spricht, von Frame Elements spricht, Frame Elements sind im Wesentlichen Container, die semantische Rollen aufweisen und das zeige ich Ihnen jetzt am Commercial Transaction Frame, den wir schon einleitend gesehen haben. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr klein, aber Sie sehen, wenn wir, Sie haben erstmal, so sind die Frames nicht, Einträge alle aufgebaut, das heißt, wir haben eine Frame Definition, darunter haben wir die Frame Elements und zwar Core, Buyer, Goods, Money, Seller, Sie sehen, das sind diejenigen, die wir vorhin in dieser grafischen Darstellung gesehen haben und dann sehen Sie sogenannte Non-Core Elements, also Means, Rate and Units, also das heißt, die noch zusätzlich hinzutreten können, aber zur Aktivierung des Frames nicht zwingend erforderlich sind. Das Besondere ist jetzt, dass in so einem einfachen Commercial Transaction Frame das noch gar nicht so die entscheidende Rolle zu spielen scheint. Es gibt dabei oder daneben aber noch ganz andere. Sie sehen, es wird weiter ergänzt, es werden Beziehungen hergestellt, es werden Abhängigkeiten zwischen Frames dargestellt und das Ganze würde ich Ihnen an einem meiner Lieblings Frames zeigen, der sogenannte Sleep Frame. Jetzt können Sie sich fragen, was um alles in der Welt will ich mit einem Wissensrahmen und Deutungsrahmen wie schlafen? Das Interessante ist, dass man tatsächlich an der Beschreibung der semantischen Tiefenstruktur sehr viel lernen kann über die Art und Weise, wie und in welchen Kontexten wir über so eine einfache Sache wie das Schlafen sprechen. Schon die Definition ist großartig dieses Frames. Schauen Sie sich das in Ruhe durch, das lese ich jetzt nicht alles vor. Und die Frame Elemente, das Kernframe Element ist der Schlafende. Also Sie sehen auch, wenn Sie in Richtung Tomasello, Spracherwerb, Verb, Inselkonstruktion denken, das erinnert alles sehr daran und es scheint sehr miteinander und sehr stark in Relation zu stehen. Und das Spannende sind aber die Frame Relations. Also das heißt, mit anderen Wissensrahmen, das in Kontakt steht. Und das kann man an diesem Schlafen sehr, sehr schön zeigen. Also es erbt seine Eigenschaften von einer fortdauernden Tätigkeit. Also Process Continue, also es ist ein fortlaufender Prozess, ist ein Subframe von des Sleep-Wake-Cycles, also des Wach- und Schlafensrhythmus. Ihm voran geht das Fall-asleep, also er folgt dem Fall-asleep-Frame und ihm folgt der Wake-Abb-Frame. Ja, das heißt, so dass man das sparliche Einheiten so und erwartbar miteinander korrelieren kann, ist eine der schönsten Frameshub-Beschreibungen, die ich kenne. So, kommen wir aber mal zum Mühsam. Und das Lied bietet sich nicht nur an für einen leichten Einstieg oder wie in letzter Woche, dass man sagt, wir schauen uns mal bestimmte sparliche Konzepte an, die damit eine Rolle spielen, sondern er trägt seine Frame schon im Titel. der Gefangene. Der Frame, der damit in Verbindung steht und den Frame, der beschreibt, ist being in captivity. Und die ist eigentlich auch schon eine sehr schöne Umschreibung des Ganzen, worum es geht, nämlich in Gefangenschaft sein. Also es geht nicht darum, gefangen gesetzt zu werden, sondern gefangen zu sein oder eingehegt zu sein. Und das Ganze ist der Frame being in captivity. Sie sehen, die Frame-Beschreibung, darauf müssen wir überhaupt nicht sehr achten. also a theme is held in captivity by an agent or cause. Also jemand ist irgendwie eingesperrt und das ist verursacht durch einen Agent oder durch einen Grund. Sie sehen, diese being in captivity trifft gleichermaßen für Lawinen Verschüttete zu wie für Gefangene in Staatsgefängnissen. Das ist die Struktur dahinter und daran sehen Sie sofort das metaphorische Potenzial des Ganzen. Das heißt, wenn die Tiefenstruktur sowohl den einen Satz, die eine sprachliche Perspektivierung zulässt und zugleich die andere, dann können Sie auch beide Frames je nach Ereignis aktivieren. Also Sie können in Gefangenschaft sein, so perspektivieren, dass es irgendeinen Grund gibt dafür, dass Sie einsitzen oder Sie können jemanden verantwortlich machen, dass Sie das tun. Das Interessante ist, beides sind keine Core-Elemente in diesem Frame. Kernelemente in diesem Frame sind die Holding Location on the Theme. Also wer wird wo gefangen gehalten? Zumindest im Englischen. Sie können sich fragen, ob das im Deutschen für Sie auch so ist oder ob es möglicherweise da leichte Nuanzierungen gibt. Und das Spannende ist, dass Agent und Cause für das Englische, so wie es bei FrameNet annotiert ist, als Nicht-Kernelemente des Frames annotiert sind. Das heißt, darum geht es im Wesentlichen, wenn Sie so etwas äußern wie gefangen sein, tatsächlich nicht, sondern es geht darum, wer gefangen ist und wo. Versuchen Sie das mal intuitiv nachzuvollziehen, wenn Sie darüber sprechen, dass Sie sich eingesperrt fühlen oder eingesperrt sind. Also, ob das Ihrer sprachlichen Erwartung und Intuition entspricht. Und das Ganze jetzt einmal schematisch dargestellt, um das nochmal in aller Härte klar zu machen, warum sich so ein Thema oder so ein Frame besonders gut eignet, um eine aus einer Reformation oder Revolution heraus zu sprechen. Wenn ein Agent, der Sie festsetzt, der Sie inhaftiert, der der Grund ist, warum Sie in Ihrer Freiheit beschränkt sind, nicht genannt wird, weil er nicht Kernelement dieses Frames ist, sondern es ausreicht, dass Sie sagen, ich bin eingesperrt, das dann nämlich implizit ist und gleichzeitig mit diesem Frame aktiviert wird, dass es eine Ursache dafür geben muss. Und ohne dass Sie diese Ursache explizieren, wird dieses Nicht-Kernelement zwar nicht für die Aktivierung des Frames gebraucht, aber es wird mit aktiviert. Und das ist das Entscheidende. Also ich muss mich damit immer ein bisschen zurückhalten, falls Sie eine Revolution oder eine Reformation starten wollen, achten Sie genau darauf, dass Sie die entscheidenden Frame Elemente, die Sie für die Aktivierung brauchen, dass das keine Kernelemente sind, dessen, was Sie sagen wollen, sondern Non-Core Elemente ist viel effektiver, weil Sie sich nicht angreifbar machen auf der Oberfläche und damit würde ich eigentlich gerne mit dem Blick auf die Uhr genau das würde ich jetzt mit Ihnen gerne in der anschließenden Diskussion noch machen, nämlich dass wir uns die angrenzenden Frames genauer anschauen, nämlich Subordinates and Superiors, Subversion, Rebellion und Revolution. Denn die sind es schlussendlich dann, auf die es hinausläuft und die schauen wir uns aber in der Diskussion an und nicht öffentlich. Genau. In diesem Sinne erstmal ganz herzlichen Dank bis hierher. Wir sehen uns gleich drüben in der Matrix, poste ich jetzt nochmal den Link in die Videokonferenz Gruppe, dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin bis zum nächsten Mal für die meisten Ihr Alexander Lasch und wenn Sie Lust haben, kommentieren Sie unter dem Video, genau, drücken Sie die Glocke, wenn Sie über benachrichtigt werden wollen, über neue Inhalte auf dem Kanal und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Woche wieder an derselben Stelle. Bis dahin, ciao.